Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben hier eine Triplex-Batterie im F2-Bereich, und zwar die Fatum. Ja, die Fatum existiert schon sehr lange auf dem deutschen Markt. Ich persönlich hätte sie, glaube ich, jetzt noch nicht gezündet. Ich hatte immer die Enduro. Die Enduro ist etwas größeres Kaliber und auch mehrwuchtiger. Kostet natürlich dann auch mehr. Hier haben wir eine 25-Schuss-Batterie von Triplex für 25 Euro gekauft. Habe ich sie bei Zündidee und, ja, wie gesagt, Zündidee ist auch immer unten in der Infobox verlinkt, falls ihr mal vorbeischauen möchtet. Zündidee hat aber leider keine Lieferung. Alternativ habe ich dafür noch Röder verlinkt. Ja, könnt ihr ja auch mal reinschauen, wenn ihr möchtet. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und zünden die Fatum. Übrigens hat diese Batterie noch 325 Gramm NEM, falls es euch interessiert. Also, bis gleich draußen zur Zündide. Ja, so, machen wir jetzt noch die Fatum. Die kostet jetzt gleich mal 10 Euro mehr, also schon mal 70. Und das Finale. Ja. Tja.